Eigentlich habe ich gesagt, wenn die Kameras in die Kabine kommen, dann höre ich auf. So eine Mannschaft, die verlässt man nicht einfach so. Wenn es hart auf hart kommt, dann muss man da sein. Wir haben alles zerstört, was gefühlt in unseren Weg gekommen ist. Wir haben alles überrollt. Sogar die, die gegen die Bayern sind, waren begeistert, wie der FC Bayern Fußball spielt. Beim FC Bayern zu spielen, heißt Druck. Das ist auch ein Kick. Die Siegesfähigkeit, die kann ich nicht kaufen. Alles, was der FC Bayern hier stehen hat, ist alles mit eigenen Händen erschaffen. Um immer wieder oben zu stehen, muss man auch oft unangenehm sein. Du tust alles, das dieser Mannschaft, dieser Klub erfolgreich ist und bleibt. Es geht immer nur um den Klub. Dann habe ich das Signal gegeben, so Leute, ich sage euch, wir gewinnen in dieser Saison alles. Das war richtig geil. Das war, boah, kriege ich heute noch Gänsehaut. Die glauben halt auch an sich. Die Jagd auf sie, die wird größer werden. Die Maschinen haben einen Big Five. Der FC Bayern war ein Traum. Ja, manchmal wurde dieser Traum zum Albtraum. Aber der mag schon den, der immer gewinnt. Also mal ehrlich. Das war richtig. Ja. Und das war richtig. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020